Die BDO ist ja sowohl international als auch national ständig am Wachstum und wir suchen natürlich immer wieder neue Partner, die einfach gut zu uns passen und mit der Austin BFP Gruppe haben wir da einen perfekten Partner gefunden. Also uns verbindet sich ein gemeinsamer Zugang, dass wir unsere Kunden einfach perfekt betreuen wollen, dass wir sehr engagiert sind, sehr vertrauensvoll miteinander umgehen können und einfach viele Persönlichkeiten haben, wo wir glauben, wir werden gemeinsam einen sehr, sehr großen Erfolg haben. Austin BFP ist das größte Beratungsunternehmen in Südostösterreich und wir beraten eigentümergeführte Unternehmen und die öffentliche Hand und verstehen uns als Lebenszyklusberater und wollen in Ostösterreich einfach präsent sein und da ist die BDO der ideale Partner. BDO ist in Wien, Linz und Salzburg tätig, wir kommunizieren mit der Steiermark dazu und können eigentlich unsere Vision gemeinsam mit der BDO perfekt weiterführen. BDO ist das größte Beratungsunternehmen in Südostösterreich.